Basade Nuit ist die Spielfreude gegen Kickmedia schon vom ersten Moment an anzumerken. Schließlich winkt ja nach dem Patzer von Fito Gramm immerhin die Tabellenführung. Und warum die Nachtkünstler oben mitspielen, das zeigen sie auf beeindruckende Art und Weise. Toller Kombinationsfluss und der Pausenstand 7 zu 0. Kickmedia kann einem richtig leid tun, doch deren Köpfe rauchen zur Halbzeitpause und das scheint zu wirken. In Durchgang 2 ein klares Aufbäumen zu erkennen, doch gegen Willi ist an diesem Abend oft kein Kraut gewachsen, eines seiner 6 Tore. Immerhin die Partie nun deutlich ausgeglichene, aber dann, den kennen wir ja schon. Ach ja, der schon wieder. Anders als im Hinspiel, das nur mit einem Torunterschied endete, ist das hier eine ganz klare Angelegenheit. Immerhin, die Kickmedianten zeigen Moral und erzielen die letzten beiden Tore. Und die besseren Sitzfußballer sind sie sowieso. Dennoch Glückwunsch zur Tabellenführung für Basar den Week nach diesem 18 zu 5 Erfolg. Das war's für heute. Das war's für heute.